Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed World mit eurem LP Gamer Steffen. Nach einer Woche Aussetzen wegen schlimmer Erkältung, aber jetzt bin ich ja wieder da. Und wir legen gleich mal wieder los mit dem ersten Rennen. Schauen wir mal. Huh? Fr? Ja? Äh. Ja, komm rein. So. Äh. Sprint. Teilnehmen. Du weißt, ich spiel heute mal. Hat man nicht online. Äh. So. Sprint. Teilnehmen. Privat. Ach. Es wird bei. Wir rennen fahren. Oh. Hm. Hm. Naja. Schauen wir mal. Fahr mal privat. Mal nicht äh. Multiplayer. Multiplayer fahr ich dann auch noch für euch. Wolltest mal privat trennen. Ups. So. Und los geht's. Hoffe ich mal. Hä? Ich hab doch. So. Ja. Ach. 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 Ich bin ja voll profi. Hups. Was war das? So. Los geht's. Wow. ab die Schicht hat habt ihr das ist einfach das ist mein Schock zu gewinnen juhu beim B wenn ich nicht alle gegenseitig weg das entspannendes Rennen hier, glaube ich ich will nicht sagen, ich brauche nicht sagen ich will aufhören, ich will alle Profis hier so, ich habe ein Verkehrsmagnet eingesetzt das war fast los hier wow komm Tommy, ich geh auch noch shit wow Mist, ich geh nicht mehr dritter, komm schon Mist, geh ich nicht mehr na gut, aber gut, der dritter das ist auch zufriedenstellend nehm ich halt den dritten Platz passt schon so, alle drinnen das war Grafikpakete, dauernd sonst bringt die Grafik so komisch weg naja, ist zwar nicht viel, aber es reicht Nitro dreimal, wunderbar, ich habe ja Nitro kann ja groß nicht haben äh Teilnehmen ist ein Multiplayer Teilnehmen das haben wir noch alles verringert oh Gott, na gut, der dritte 19 ist noch akzeptabel, aber sonst ein bisschen kritisch was ist denn das Tier wenn ich mal ab so ganz vergessen, das Grape abzumelden vom Spielen ich bin auch so voll Profi naja, egal weg ist es aber ist nicht auf Pappen ah, hab's gewusst Papps einfach auf Gott, was ist das, aber jeder Ha, Ultimer oh, ich hätte ganz schön Disconnects an wie wieder eiert oh, Baby schick danke, das war eine gute Stütze naja ich tue das, was hier voll ab, aber was da, als ey, Ruhe-Handy komm, den hier das halt doch einholbar sein, da vorne der vierte Platz ui na komm schon krieg dich noch komm schon du Loser da vorne krieg dich ich hab noch mit Gini, du hast du ne Ultimer Auto muss ich doch bekommen komm schon komm schon scheiße, scheiße das war Pappi von mir muss ich der fünfte da hab ich doch gerade das so gesehen naja, egal nimm den Vorder so so, Herr Schrepp, hier schwirren cool Erfolg weiter entschuldigt, dass ich ab und zu nochmal ein bisschen huste noch ganz ich huste leider noch nicht weg von der Erkältung daher bin ich immer noch etwas verschnüpft und vielleicht klinge ich auch noch etwas verschnieft ich hoffe, das hört man nicht zu sehr aber naja was will man machen, ne äh, ja, sehr wohl der Erfolg äh die hole ich mich richtig mal ab na wo ist er auch nitro, uh, geil zimmer nitro das ist ja geil geht auf jeden fall an das ist perfekt so, äh äh Schlusspunkt schau mal ich will mir mal irgendwie ein neues Auto kaufen hier tsch 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 haufen tsch 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 es ist einfach klasse uh, da sieht geil aus, da sieht geil aus Set. Geh mal zu, bitte. 500. Ha! Toll, Rums. Kostet ja alle hier diese Boost-Punkte. Kann das nicht mit den Dollars sein? Wären wir echt lieber. Ja. Weil ich habe einen Bock hier, mir diese Boost-Punkte zu kaufen, mit echtem Geld. Da brauche ich mir lieber was anderes mit echtem, aber naja. Aber ich sehe schon, die Zeit ist schon wieder rum für diese Folge. Und wir sehen uns gleich im nächsten Part von Need for Speed World wieder. Bis gleich, euer LP-Gamer Steffen.